Willkommen zu meinem Review Video über das Miko Eleverde Electric Dust Blur Kompresst Ersdreh. In diesem Video werde ich dir alles über dieses Produkt erzählen und warum es eine großartige Investition für dich sein könnte. Lass uns direkt mit den beeindruckenden Merkmalen und Funktionen dieses elektrischen Staubgeböses beginnen. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100.000 Umin und einer starken Windkraft von bis zu 7.000 Paar bietet dieses Gerät eine ultimative Reinigungsleistung. Es ist ideal zum Reinigen von Computergehäusen, Tastaturen und vielem mehr. Im Vergleich zu herkömmlichen Alternativen steigert es die Blasleistung um 22 Prozent. Ein weiterer großer Vorteil dieses elektrischen Staubgeböses ist seine anpassbare Funktionalität. Es verfügt über drei verschiedene Geschwindigkeitsinstellungen, die für verschiedene Reinigungsszenarien geeignet sind. Bei niedriger Geschwindigkeit 50.000 Umin können Tastaturen und Desktops effizient gereinigt werden. Die mittlere Geschwindigkeit 70.000 Umin eignet sich hervorragend für Fensterbänke, Sofas und Klimaanlagen. Die hohe Geschwindigkeit 100.000 Umin bringt die volle Leistung des Staubgeböses zum Einsatz. Zusätzlich zu den verschiedenen Geschwindigkeitsinstellungen wird das Miko Eleverde Electric Dust Blur mit einer Vielzahl von Zubehörteilen geliefert, darunter Düsen und eine Bürste, um die Reinigung zu verbessern. Das eingebaute LED-Licht leuchtet automatisch auf, wenn das Gerät eingeschaltet wird, um dunkle Ecken zu beleuchten und die Reinigung zu erleichtern. Ein weiterer großer Vorteil dieses Staubgeböses ist die verlängerte Akkulaufzeit und die schnelle Aufladung. Mit einer leistungsstarken 6000 A Batterie und Unterstützung für eine Laufzeit von bis zu 30 Minuten pro Ladung kannst du eine unterbrechungsfreie Reinigung durchführen. Die Ladezeit beträgt nur zwei Stunden, was im Vergleich zu den meisten Konkurrenten eine beeindruckende 50-prozentige Verbesserung darstellt. Ein weiterer wichtiger Aspekt dieses Staubgeböses ist die geringe Geräuschentwicklung und die Antitach-Tasten. Mit einer Geräuschentwicklung von kleiner gleich 80 dB bietet es eine effiziente Reinigungsleistung bei leisem Betrieb. Die beiden Schalter und Schaltknöpfe verhindern effektiv ein versehentliches Umschalten während der Verwendung. Neben all diesen großartigen Funktionen ist das Mico Eleverde Electric Dustblor auch umweltfreundlich und energieeffizient. Es vermeidet den Einsatz herkömmlicher Druckluft und leistet somit einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Mit seinem kompakten Design und der praktischen Aufbewahrungstasche ist es der perfekte Begleiter für unterwegs und im Haushalt. Lass uns nun einen Blick auf die Bewertungen werfen. Dieses Produkt hat eine durchschnittliche Bewertung von 4,3 von 5 Sternen basierend auf 749 Bewertungen. Ein Kondinamensimjot aus Deutschland sagt, der kleine Kerl ist viel stärker als man es vermutet. Ein anderer Kunde namens Abi sagt, ich habe das Stativ bestellt, weil ich die standesamtliche Trauung meiner besten Freundin im Rahmen eines Zoom-Meetings für Familienmitglieder und Freunde live übertragen wollte. Diese positiven Bewertungen zeigen, dass dieses Produkt von zufriedenen Kunden geschätzt wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Mico Eleverde Electric Dustblor Kompresst Air Spray ein leistungsstarkes und vielseitiges Reinigungsgerät ist. Mit seinen beeindruckenden Funktionen, der langen Akkulaufzeit und der umweltfreundlichen Nutzung ist es eine großartige Investition. Klicke auf den Link in der Videobeschreibung, um das Produkt auf Amazon zu kaufen und unterstütze mich dabei, weitere hochwertige Inhalte zu produzieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.